Hallo! Sie interessieren sich für ein vielfältiges, sinnvolles und interessantes Arbeitsumfeld? Dann habe ich genau das Richtige für Sie. Mein Name ist Wiszak. Ich führe Sie gerne durch die FH Wien der WKW. Wussten Sie, dass hier auf ca. 7500 Quadratmetern über 2800 Bachelor- und Masterstudierende sowie über 800 Studierende in Weiterbildungslehrgängen eine praxisnahe akademische Ausbildung absolvieren und wir sind die führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Hier sind wir im Audimax. Das ist unser größter Hörsaal, in dem auf rund 300 Quadratmetern 170 Personen Platz finden. Ganz schön vielfältig, was hier geboten wird. Aber fragen wir doch einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Meine Arbeit an der FH Wien der WKW ist vielfältig und abwechslungsreich. Einerseits kann ich meine Stärken und Kernkompetenzen praktisch täglich einsetzen. Andererseits gibt es immer wieder neue spannende Herausforderungen. Das ermöglicht mir, meinen Horizont zu erweitern und mich ständig weiterzuentwickeln. Es ist jedes Mal schön zu hören und zu sehen, wie sich meine Kolleginnen und Kollegen vielfältig einbringen. Puh, ganz schön anstrengend mit meinen kurzen Beinen. Da haben Sie es leichter. Ich brauche eine Pause. Und was passt da besser als ein Kaffee? Bei schönem Wetter kann man den auch im Hof genießen. Lassen Sie uns doch rauf aufs Dach gehen. Diese Personen sehen so aus, als würden sie hoch hinaus wollen. Mal schauen, was sie so interessant an der FH Wien der WKW finden. In meiner Arbeit lerne ich jeden Tag was Neues. Es ist so, als würde ich ein interessantes Studium machen. Das war ganz schön interessant. Hui! Finden Sie nicht? Schauen wir mal, was sich hier tut. Wow! Das schaut sinnvoll aus, was ihr hier macht. Sinnvoll bedeutet für mich, dass ich mit dem, was ich tue, auch etwas Sinnvolles für andere mache. Und das natürlich über die Grenzen unseres Gebäudes hinaus. Zum Beispiel in Form von Praxisprojekten. Auftraggeber aus der Privatwirtschaft und Vereine beauftragen uns mit Projekten. Und das ist natürlich für die Studierenden sehr spannend, als auch für mich. Und im Grunde ist das eine permanente Horizonterweiterung. Nach so viel Produktivität haben sich alle einen entspannten Feierabend verdient. Und ich auch. Hoffentlich bis bald, Ihr Wiszak.